Das wollen wir gar nicht. Schlechte Prozesse kann keiner gebrauchen. Weder als Ergebnis in einer schlecht aussehenden Schweißnaht, noch als nervendes, schlechtes Geräusch während des Schweißens. Ich zeige euch mal kurz, wo überall das Übel versteckt sein kann. Fangen wir mit der Gasabdeckung an. Poren zum Beispiel können auch daher kommen, dass der Druckminderer, die Flaschen werden ja von 200 Bar runter reduziert, mit diesen Druckminderern, auf den Eingangsdruck, den ich in der Schweißmaschine habe. Wenn diese Druckminderer fehlerhaft sind, wenn diese Gasschläuche oder die Verbindungen fehlerhaft sind, dann fehlt mir die Gasklocke im Lichtbogen und ich habe die schönsten Poren, die man sich denken kann. Will keiner. Das nächste, was ich mir wirklich angucken muss, ist der Antrieb selbst. Der Draht muss eine entsprechende gute Qualität haben. Es gibt preiswerte Drähte mit einer sehr rauen Oberfläche. Die werden total Stress machen, wenn Sie durch dieses schöne lange Schlauchpaket durchmüssen. Sie werden auf diesem Weg durchs Schlauchpaket Abrieb hinterlassen. Abrieb kann auch an den Andruckrollen passieren, durch falsche Rollen, im Schlauchpaket selber. Und dann schleppe ich mir den ganzen Schmutz mit nach vorne, der also irgendwann die Stromdüse so verstopfen wird, dass es nur noch zu einer ruckelnden Drahtbewegung kommt und ich keine stabile Prozessabbildung mehr absichern kann. Was tun? Wir gucken die gesamte Drahtstrecke nach, um zu schauen, wo könnte der Fehler liegen. Plan A ist, und das ist ein sehr guter Praxistipp, den ich immer wieder gerne zeige, öffnet die Antriebsstrecke, sodass der Draht sich frei bewegen kann. Jetzt packt das Drahtende am Brenner vorne und versucht, den Draht rauszuziehen. Dann sollte sich logischerweise die Korbsspule drehen. Wenn ihr bei dieser Übung euch den kleinen Finger abschneidet, dann ist völlig klar, ist was verkehrt im Schlauchpaket. Es sollte also leicht durch das Schlauchpaket dieser Drahtzug passieren dürfen. Das ist ein sehr guter Indikator, dass man sich über den Zustand der Stromdüse und des Liners in diesem Schlauchpaket informieren kann. Antriebssystem. Sehr gerne wird auch immer wieder die falsche Antriebsrolle verbaut. Und sehr oft sagt man dann, ja, ich habe das kontrolliert, ich weiß gar nicht, woran es liegen kann. Und dann schauen wir uns das genauer an und sehen, okay, der Kunde hat einen Drahtdurchmesser 1,0, aber Antriebsrollen 1,2 mm. Völlig klar, dass die hier schlüpfen werden und den Draht eben nicht kontinuierlich in den Lichtbogen ziehen. Ergebnis, wie gesehen, schlecht. Nächstes Ding in der Strecke ist die Säle in diesem Schlauchpaket. Achtung! Fehler! Sälen gibt es in unterschiedlichster Art und Weise. Hinschauen. Genau gucken. Aluminiumdrähte, Edelstahldrähte, Stahldrähte. Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Befindlichkeiten. Der Aluminiumdraht ist ein ganz sensibler, weicher, ja. Dem kann ich nicht so packen und ziehen. Den muss ich behutsam transportieren. Deswegen Aluminiumdrähte gerne in Teflon-Sälen. Das minimiert den Reibungswiderstand in der Säle. Ganz wichtig außerdem, richtige Antriebsrollen verwenden. Ihr seht hier Antriebsrollen in verschiedenen Durchmessern, farblich gekennzeichnet. 1,0, 1,2, 1,6. Und dahinter, nochmal mit der gelben Farbe gekennzeichnet, eine U-Nutrolle. Also der Draht läuft nicht in einem V, wie bei harten Drähten, sondern er läuft in einem U. Und damit kann er sich in diesem U sehr schön einschmiegen und wird behutsam gegriffen und behutsam durch das Schlauchpaket geschoben. Abhängig von der Härte des Drahtes, bitte den richtigen Andruck einstellen. Das macht er hier, indem er also die Pressung der oberen und der unterrollen zueinander verschärft oder entspannt. Und die Empfehlung dazu seht ihr in den Drahtvorschubgeräten als kleine Tabelle, als Information. Nächste Fehlerquelle. Jetzt bin ich vorne am Ende des Brenners angekommen und muss dafür Sorge tragen, dass die Stromdüse passt. Verbrannte Stromdüsen sind nicht hilfreich. Mikrospritzer inside der Stromdüse kann genauso ein Problem sein. Sehe ich nicht. Aber durch den Zugtest spüre ich es sehr wohl. Ist sie völlig blau, weil sie zu heiß gelaufen ist? Oder ist sie sogar deformiert? Also hat der Draht mit seiner rauen Oberfläche die runde Stromdüsenöffnung aufgesägt zu einem Oval? Dann sind das Sachen, die ich zu sehen habe und auf die ich zu achten habe. Und bei einer digitalen Anlage auch nochmal der Hinweis, wie weit steht das Drahtende hier vorne aus der Stromdüse heraus? Schaut euch das bitte an. Bei alten Maschinen sitzt die Stromdüse immer 5 mm hinter der Gasdüse, weil es elektrisch keine Relevanz hatte. Bei digital gesteuerten Maschinen ist die Länge des freien Drahtendes ex and still wichtig für den stabilen Schweißprozess. Gehe ich zu weit weg, wird das Deckout zu lang, wird der Schweißprozess schlechter, gehe ich zu nah ran, auch nicht gut. Ihr seht hier auf dem Tisch zwei Düsenstöcke, wo eine Stromdüse oben drauf gebaut ist. Düsenstöcke können unterschiedlich lang sein. Nicht nur, weil wir Langeweile haben und uns da mal was überlegt haben. Damit steuere ich im Prinzip, wie weit die Stromdüse vorne an der Gasdüse ist. Ist sie bündig oder sitzt sie weiter zurück? Oder sitzt sie sogar vorne ein Stück, guckt sie weiter raus? Für die Anwendung ist auch nochmal zu sagen, es gibt verschiedene Sorten von Gasdüsen. Zylindrisch, mit denen erschlage ich die Masse. Oder eben konischer Gasdüsen. Wenn ihr mal den Kopf in die Ecke stecken müsst, dann werdet ihr das mit einer komischen Gasdüse viel, viel besser kennen. A komme ich jetzt in kleine Winkel rein und B ist der Stickout konstant zu sehen und die Stromdüse ist bündig mit der Gasdüse. Also Stickout-Veränderung mit auf dem Schirm haben. Kann auch ein Problem sein für instabile Prozesse. Nächste Fehlerquelle, Kennlinie. Ist natürlich blöd, wenn ich eine falsche Kennlinie habe. Ich habe ein Stahldraht und schweiße mit einer Aluminium-Kennlinie. Wird nicht wirklich funktionieren. Habe ich ein Stahldraht, aufpassen auf den Durchmesser. Kennlinie für 1,0 oder 1,2er Draht nehmen. Völlig klar. Achtung, Gas nicht vergessen. Hatten wir eingangs drüber gesprochen. Logischerweise auch die Kennlinie für das richtige Schutzgas nehmen. Sonst kann es Probleme geben. Dann sind wir nochmal bei dem Thema Gasdüse. Das sind neue, jungfeuerliche Gasdüsen. Unbenutzt. So sollten sie immer aussehen. Und wenn ihr damit geschweißt habt, macht sie sauber. Hier gibt es ein paar Kandidaten, die ich mitgebracht habe, die völlig verbrannt sind, die deformiert sind, die durch Spritzer vorne zugewachsen sind. Das will keiner haben. Schaut bitte dorthin. Wir haben schon Gasdüsen gesehen, die waren so zugewachsen, dass kaum noch der Draht vorne rauskam. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn keine Gasglocke gebildet wird und wenn du Poren hast. Also, schaut, dass die Stromdüse passt und schaut, dass die Gasdüse passt. Ist mit dem Equipment wie mit einem Auto. Was nützt das beste Fahrzeug, wenn ich schlechte Reifen drauf habe? Also, denkt dran, Brenner vernünftig ausrüsten, die mechanischen Wege von der Drahtspule über den Antrieb durch den Brenner durch zu all seinen Komponenten bitte kontrollieren und einstellen und nicht so lässig an die Nummer rangehen. Ich höre das so oft, ach, ich schweiße jetzt mal Aluminium, ich lasse das alles auf Stahl ausgerüstet. Für die 2 Meter Alunat muss das gehen. Wird es zu 90% nicht funktionieren. Ich sehe hier auf dem Tisch gerade liegend einen wassergekühlten Brenner. Was wird übrigens an der Schweißmaschine wassergekühlt? Nicht die Schweißmaschine, der Brenner wird wassergekühlt. So, und wenn ich jetzt mal die Wasserkühlung weglasse und mit einem wassergekühlten Brenner trockenschweiße, ist sofort Alarm, dann wird der ein Hitzetot sterben. Also, aufgepasst. Gasgekühlte Brenner logischerweise mit einer Gaskühlung, aber wassergekühlte Brenner immer bitte an den Wasserkühler anschließen. Sonst ist ganz schnell Schluss mit lustig. Das waren die wesentlichsten Hinweise. Ich denke, wenn wir das alles beachten, dann werden wir auch einen stabilen Mackprozess haben. Und egal, ob ich im Standgas oder im Vollgas unterwegs bin, also im Kurzlichtbogen, im Sprühlichtbogen oder im Impulslichtbogen, ich werde vernünftige Ergebnisse erzielen können. So, jetzt haben wir alle Fehler erkannt und ausgemerzt. Endlich haben wir einen stabilen Mackprozess. Super. Wenn ihr weitere Fragen habt, fragt gerne oder schaut auf unsere Internetseite in unser E-Book. Auch dort werden viele Fragen beantwortet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.